Liebe Studierende, ich freue mich, Sie begrüßen zu können zu unserer fünften Vorlesung in der Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Vorneweg einige organisatorische Dinge, bevor wir wieder in den Inhalt einsteigen. Wir werden uns heute vor allem mit dem Selbstkonzept auch beschäftigen. In der letzten Woche habe ich Sie gefragt, wie wir das mit unseren Breakout-Räumen halten wollten, ob wir da lieber die Gruppen switchen wollen für jeden Breakout-Raum oder die Gruppen beibehalten wollen. Und es scheint so zu sein, dass von dem Großteil von Ihnen es präferiert wird, die Gruppen auch weiterhin zu wechseln in den einzelnen Breakout-Räumen, sodass Sie da auch mehrere Personen kennenlernen im Laufe des Semesters. Das behalten wir da natürlich auch bei. Und ich möchte mich auch noch wirklich dafür bedanken, und das können Sie auch auf Piazza auch sicherlich sehen, die vielen Bilder, die uns da zugeschickt worden sind. Frau Forno und ich, wir freuen uns da über jedes einzelne. Und Sie können auch schon wirklich da immer gespannt sein, welche wir dann auch jeweils auswählen. Sie werden gesehen haben vielleicht, dass wir die Vorlesungsfolien erst heute Morgen bei Ilias und Greycraft hochgeladen haben. Das wird auch im Laufe des Semesters ebenfalls so sein. Also wenn Sie sich die Vorlesungsfolien herunterladen wollen, würde ich Ihnen empfehlen, quasi direkt vor unserer Veranstaltung, wenn Sie die live hier bei uns verfolgen, herunterzuladen. Wenn Sie die jetzt gerade auf YouTube sehen, dann werden Sie auch schon vermutlich die Folien auch zur Verfügung haben. Okay, dann starten wir mit einer Wiederholung bzw. der Vorstellung auch der Quiz-Ergebnisse von der letzten Woche. In der letzten Woche haben wir uns vor allem verschiedene Intelligenzmodelle angeschaut. Und davon war quasi eines der Intelligenzmodelle das Spearm-Mensche-Modell, welches vor allem Wert darauf gelegt hat, dass Intelligenz-Testleistungen zwei Faktoren haben. Einem Generalfaktor und einem spezifischen Faktor. Dann haben wir uns auch vor allem angeschaut, wie sehen Intelligenz-Tests aus, wie sehen verschiedene, je nachdem welches Modell dort verwendet wird. Und wir haben uns auch verschiedene Test-Items angeschaut. Und Sie haben auch in der Veranstaltung verschiedene Links zu Intelligenz-Tests auch bekommen, die Sie dann auch selbstständig auch explorieren konnten. Wichtig dabei ist, dass Intelligenz-Tests vor allem demenen und unspezifische Items beinhalten. Also, dass jetzt nicht unbedingt getestet wird, okay, wie ist jetzt die mathematischen Fähigkeiten beispielsweise. Und dass die Aufgaben auch oftmals in der Regel bildungsunabhängig sind. Also Sie werden dies auch dann gesehen haben, dass viele Intelligenz-Tests piktorale Darstellungen auch präferieren, damit quasi die Barriere des Leseverständnisses in gewisser Weise, die ansonsten auch abgetestet werden könnte, reduziert wird. Dann haben wir uns im Detail angeschaut, Intelligenz-Quotienten-IQ, was bedeutet das, wie wird der IQ berechnet und wie kann man das vor allem interpretieren. Und dabei freut es mich sehr, dass 100% auch das wirklich wichtige und auch die wirklich wichtige Take-Home-Message der letzten Veranstaltungen, dass der IQ kein komplettes absolutes Maß der Intelligenz einer Person auch bezeichnet. Also es ist wirklich ein statistischer Normwert, der sich vor allem auf die jeweiligen Referenzgruppen auch bezieht. Und wir haben uns verschiedene Dinge angeschaut in Bezug auf die Stabilität der Intelligenz und da auch gesehen, dass Intelligenz einer der wichtigsten Prädiktoren für vor allem schulischen Erfolg auch darstellt. Aber dass je weiter sie quasi in den Schuljahren voranschreiten, desto höher wird die Bedeutung vom Vorwissen, was sie akquiriert haben und desto niedriger wird der Einfluss der Intelligenz. Genau, soviel zu den Quizzen. Und ich will sie auch dazu einladen, wir haben jetzt ja auch schon quasi vier Wochen in unserer Veranstaltung hinter uns und auch der Grund, warum wir die Folien erst heute morgen hochgeladen haben, ist, weil wir all die Ergebnisse, die sie auf ihrer Punktejagd auch schon erlegt haben in gewisser Weise, dass wir ein Leaderboard jeweils erstellen, logischerweise anonymisiert in gewisser Weise. Also wir verbinden quasi nur die Namenskürze, aber damit sie auch so ein bisschen einschätzen können, wenn sie zu den Top 20 oder so gehören wollen, wie sie da auch gerade stehen. Logischerweise, wenn sie auf Greycraft gehen, können sie das auch quasi in diesem Balkendiagramm auch sehen, um das auch ein bisschen besser einzuschätzen. Sehr wichtig dabei allerdings logischerweise, in gewisser Weise, wie sie den Kurs angehen, bleibt ihnen überlassen. Also es gibt auch genug Möglichkeiten wirklich so zum Ende des Semesters, dass man all die Punkte für den Teilnahmeschein auch zu erwerben, sodass sie sich natürlich auch überlegen können, hey, ich möchte vielleicht in den ersten paar Wochen einfach weniger zeitliche Belastung, in Anführungszeichen, für diese Veranstaltung haben und dann halt auch später mehr machen, wie sie da vorgehen wollen, bleibt ihnen natürlich überlassen, aber für einige von ihnen, die vielleicht auch gerade schon zu Beginn an auch voll dabei sind, dann ist das quasi ein weiterer Service für sie. Okay, also wir haben heute vor allem etwas über das Selbstkonzept auch zu lernen und wir wollen uns auch da so die Bedeutung vom Selbstkonzept etwas genauer anschauen. Allgemein, Selbstkonzepte spielen eine wirklich wichtige Rolle, wenn sie zufälligerweise FC Köln-Fan sind. Ich bin Borussia Dortmund-Fan, unser Dekan ist Schalke 04-Fan, da vergleiche ich mir jetzt natürlich einen weiteren Kommentar dazu, weil wir ja auf YouTube sind, aber wenn wir in Präsenz wären, Sie könnten sich da vermutlich auch vorstellen. Und zwar sehen Sie ja auch da quasi häufig in den Medien so etwas wie, der Star jetzt hier vom FC Köln, Duda hat jetzt aktuell Selbstvertrauen getankt, indem er viele Tore bei den aktuellen Länderspiele geschossen hat. Und solche Meldungen sehen Sie ja auch wirklich häufig in den Medien oder wenn Sie auch dann quasi von Ihrer eigenen Warte sich denken, okay, jetzt habe ich viel Vertrauen in mich gefasst und wir wollen uns dabei quasi etwas genauer anschauen, wie da die psychologischen Hintergründe auch einfach sind. Also es gibt quasi auch sehr viele Beispiele, die quasi das Selbstkonzept, wie dieses ausgeprägt ist, also sowohl auf der positiven Seite, wie Sie es da vorhin gesehen haben, dass Selbstvertrauen in Anführungszeichen gewonnen wird. So könnte natürlich auch Leute selbstvertrauen, das verlieren oder ein geringeres Fähigkeitsselbstkonzept haben. Und das ist ebenfalls auch vielen Menschen halt auch begegnet in einem schulischen Kontext. Wenn beispielsweise das eigene Fähigkeitsselbstkonzept für spezielle Fächer vielleicht schwächer ausgeprägt ist als für andere Fächer. Also stereotypisch so etwas wie, okay, Mathematik ist schwierig. Ich selber als Mathematiker finde es natürlich blöd, dass immer dies als Beispiel auch gewählt wird. Aber, genau, aber quasi diese schulischen Selbstkonzepte und diese Einstellungen können dann auch dann zu einem Teil des Selbstbildes der Personen halt auch gehen. Und Sie sehen dies halt quasi auch nicht nur eben in einem schulischen Bereich oder bezogen auf Leistung, sondern es kann ebenfalls auch in einem sozialen Wesen auch sein, dass dies quasi auch in Bezug beispielsweise auf Bindungen, auf Paarsuche oder auf Freundschaften oder auch in anderen Lebensbereichen eine Rolle spielt. Ich würde Sie auch da einladen, auf Piazza ist auch unser erstes Storytelling auch zu sehen, wo auch da verschiedene Bereiche davon auch benannt werden. Genau, und wir wollen uns das quasi etwas genauer in der heutigen Veranstaltung anschauen. Also so etwas, so Fragen, die wir beantworten wollen, ist, wie quasi Selbstkonzepte entstehen, was Selbstkonzepte entstehen, was Selbstkonzepte sind, wieso Personen, obwohl sie vielleicht gleiche Leistung zeigen, wirklich auch unterschiedliche Selbstbilder auch haben können und auch noch andere Fragen, die wir betrachten werden. Wenn wir uns quasi anschauen, was der Begriff, das Selbstkonzept in der pädagogischen Psychologie bedeutet, ist dann, ist es vor allem, dass wir damit die mentale Repräsentation der eigenen Person auch beschreiben und dass dies quasi die Vorstellungen, Einschätzungen und auch Bewertungen dastehen, die quasi die eigene Person betreffen. Dabei ist es wichtig, dass es sowohl sich auf verschiedene Unterbereiche, die einer Person wichtig sind, für die Identitätsbildung beziehen kann oder auch allgemeiner bezogen. Was dabei auch vor allem sehr wichtig und sehr bedeutsam ist, ist, dass gerade gerade weil es auch so eine Vielzahl an Selbstkonzepten, an mentalen Repräsentationen der eigenen Person, die man selber internal besitzt hat, ist es, dass es jetzt nicht das eine Selbstkonzept gibt, mit dem man quasi global das alles auch beschreiben kann. Sie haben einen Artikel gelesen von Ulrich Trautwein, vielleicht belegen auch einige von Ihnen parallel die Veranstaltung zur empirischen Bildungsforschung. Zwei der führenden ForscherInnen sind Herb Marsch, den wir auch jetzt noch im Verlaufe der Sitzung mit dem Big Fish Little Pond Effekt genauer kennenlernen, aber auch international sehr hoch angesehen. Hier bei uns in Tübingen, Ulrich Trautwein. Und in gewisser Weise kann man das Selbstkonzept auch wirklich als Kontrollüberzeugung auch wahrnehmen, also dass wir auch da wirklich sehen können, dass das Selbstkonzept quasi als Teil der Familie von Konstrukten ist, die gemeinsame Eigenschaften auch besitzt, also dass wenn Personen wirklich auch merken, okay, ich kann mein eigenes Handeln kontrollieren, ich habe es selber in der Hand, dass dies quasi auch ein wichtiges Merkmal davon auch darstellt. Was wir sehen, ist, dass Selbstkonzepte ebenfalls korrelieren mit der Leistungsfähigkeit, mit Lernleistung, beispielsweise Schulnoten, allerdings auch zum Teil mit Persönlichkeitseigenschaften, was auch sehr spannend ist, was auch sehr spannend ist und da schauen wir auch in der nächsten Vorlesungswoche auch noch mehr drauf. Aber es ist quasi keine Deckungsgleichheit da. Das heißt, der Anteil der Varianz in der Lernleistung beispielsweise, der ausschließlich vom Selbstkonzept erklärt wird, ist nicht der gleiche Anteil der Varianz, der jetzt beispielsweise von anderen Dingen auch mit erklärt wird. Was allerdings sehr spannend ist, ist, dass das Selbstkonzept keineswegs im Vergleich zu beispielsweise Persönlichkeitseigenschaften, die wesentlich stabiler sind auch über die Zeit, das selbst und auch wesentlich schwieriger zu beeinflussen mit Interventionen, ist es, dass beim Selbstkonzept wirklich auch gezielt das Selbstkonzept auch trainieren kann und sie werden auch da verschiedene Techniken auch kennenlernen und Selbstwirksamkeit, Selbstkonzept, dass sie dies auch beeinflussen können. Wie sehen quasi solche Tests aus, die das auch dann wirklich auch messen würden, was für eine Selbstwirksamkeit man besetzt und bewirkt ist quasi, wenn sie das dann abprüfen wollen und quasi abfragen wollen, dann würde man quasi solche Fragen stellen wie, im Studium werde ich auch dann erfolgreich sein, wenn unerwartete Probleme auftreten. Und das würde dann quasi ein Beispiel sein, wie sie dann in Studien Selbstwirksamkeit dann auch wirklich überprüfen können. Also das hier ist beispielsweise im Vergleich zu den Items, die wir für die Intelligenztests auch beispielsweise gesehen haben. Und was halt da quasi wichtig ist, ist, dass die eigenen Fähigkeiten auch wirklich eingeschätzt werden in sehr spezifischen Situationen. Und es ist halt wirklich spannend, weil die Selbstwirksamkeit auch einen großen Einfluss quasi besitzt, auch wie erfolgreich potenzielle Interventionen auch wirklich sind. Ich habe Ihnen jetzt auch verschiedene Studien beigebracht, die quasi Selbstkonzepte auch betrachten. Und Sie sehen jetzt beispielsweise hier, dass in einer Studie, wo abgefragt wird, wie DrittklässlerInnen ihre Patrikfähigkeiten einsetzen. Und dann sehen Sie sich hier quasi in diesem Balkendiagramm auf der linken Seite, wenn es am schlechtesten eingeschätzt wird und auf der rechten Seite, dass es halt sehr hoch eingeschätzt wird. Und wie dieses Beispiel, das ich vorhin auch angerissen habe, dass viele Leute ein schlechtes Selbstkonzept, ein schlechtes Fähigkeitsselbstkonzept bezüglich der Mathematik haben. In der Grundschule ist das noch nicht der Fall. Also Sie sehen an dieser Studie beispielsweise ausdrucksvoll, dass von vielen DrittklässlerInnen dieses Patrikfähigkeits-Selbstkonzept auch wirklich sehr positiv ausgeprägt ist. Was natürlich auch dann spannend ist, wenn Sie das dann betrachten, wie sich dann auch so etwas über die Zeit dann auch entwickelt und beziehungsweise wo man auch da vielleicht mit Interventionen dann auch gut darauf eingehen kann. Was auch relativ spannend ist, ist, dass es auch einen gewissen Better-than-Average-Effekt gibt. Also wenn Sie Personen fragen, wie schätzen Sie sich ein im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, dann sehen Sie, dass sich Leute auch tendenziell eher positiver einschätzen. Also jetzt hier in dieser Studie wurde gefragt, wie sich Personen einschätzen würden, beispielsweise in Bezug auf Höflichkeit, Politeness oder Intelligence oder Dependable, also so etwas wie Zufall der Seligkeit, Reliability, dass man halt darauf vertrauen kann, dass man die Dinge macht, die man auch sagt, dass man macht. Also bei positiven Eigenschaften sehen Sie, dass sich viele Personen eher einschätzen, dass sie da auch besser sind als der Durchschnitt im Vergleich dazu halt zu negativen Eigenschaften oder zu Eigenschaften, die eher negativ attribuiert sind. Und da wird es eher so eingeschätzt, dass man weniger negative Eigenschaften auch besitzt, was ja auch sehr spannend ist, quasi in gewisser Weise. Weil wenn Sie da alle Personen fragen, würden Sie ja eigentlich vermuten, dass es im Durchschnitt sich halt eher mittelt. Und dies wird halt quasi so als Illusionary Superiority auch bezeichnet. Also dass man sich selber eigentlich im Regelfall auch überlegen fühlt. So, wir haben jetzt verschiedene Selbstkonzepte und Definitionen und Beispiele auch für Selbstkonzepte auch gesehen. Und ich würde Sie jetzt nun bitten, in unserem ersten Breakout-Raum gemeinsam zu explorieren mit Ihren Mitstudierenden, welche Bedeutung Selbstkonzepte auch für Schülerinnen und Schüler haben könnte. Sie können auch da auch gerne Bezug nehmen auf Reading-Reactions beispielsweise, die Sie geschrieben haben oder auch die Sie gelesen haben. Circa 5 Minuten. Ich werde die Breakout-Räume jetzt öffnen auch. Und Moment. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten auch gleich wieder. Und ja, los geht's. Viel Spaß. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was Sie besonders spannend in Ihrer Diskussion finden, das auch ins Chatfenster. Wir nehmen da dann auch vielleicht Bezug drauf im weiteren Verlauf der Sitzung. Schulische Selbstkonzepte, die Sie betrachtet haben, jetzt auch in diesen Breakout-Räumen, werden vor allem auch als Fähigkeitsselbstkonzepte beschrieben oder auch als Selbstkonzepte der Begabung. Und diese sind vor allem auch bereichsspezifisch, also bezogen auf das jeweilige Fach oder die jeweilige Domäne. Und es ist auch da wieder wichtig, wie auch bei dem allgemeinen Selbstkonzept, es gibt jetzt nicht das eine schulische Selbstkonzept, sondern wirklich auch da diese Bereichsspezifigkeit der Selbstkonzepte. Und wenn wir uns quasi hier anschauen, wie sieht die Struktur und auch die Stabilität von Selbstkonzepten aus, dann gibt es auch da verschiedene Modelle, die auch da betrachtet werden, die auch vor allem hierarchisch auch wieder strukturiert sind. Und Sie sehen auch jetzt beispielsweise hier in diesem Modell von Möller und Rautwein, dass Sie da ein schulisches Selbstkonzept haben, was als Teil vom allgemeinen Selbstkonzept zu sehen ist. Und dass es allerdings auch viele Aspekte von den dichtschulischen Selbstkonzepten gibt, wie das soziale Selbstkonzept, das emotionale, das psychische Selbstkonzept, die halt auch alle wiederum verschiedene Unterkategorien haben, also bezogen jetzt für das schulische Selbstkonzept gesehen, so etwas wie die Sprache, die Muttersprache oder auch die verschiedenen Fächer, also so Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Religion und quasi die anderen Themenbereiche auch und quasi sogar innerhalb dieser Themenbereiche kann auch wiederum nochmal differenziert werden. Also jetzt für die Mathematik zum Beispiel, Lineare Algebra, Analysis, Stochastik, diese verschiedenen Unterbereiche, die auch dann einen quasi das eigene Fähigkeits-Selbstkonzept quasi nochmal unterteilt auch haben. Und wo dann auch quasi dann gestaut wird, okay, wie wird quasi das eigene Verhalten in den spezifischen Situationen dann auch bewertet. Und was halt dabei auch wirklich wichtig ist, quasi in der Erfassung wird es dann oftmals, werden die einzelnen Items auch vor allem dann sehr stark bezogen, auf einzelne Komponenten dieser bereichsspezifischen Selbstkonzepte. Also wenn Sie halt so etwas wie das mathematische Selbstkonzept überprüfen wollen würden, würden Sie halt solche Aussagen in Ihren Tests haben, wie schätzen Sie Ihre Begabtheit im Fach Mathematik im Vergleich zu Ihren Bittschülerinnen und Bittschülern auch ein. Allgemein unterscheidet man auch quasi, wenn wir uns die verschiedenen Selbstkonzepte anschauen, mit den verschiedenen Bezugsnormen, wie weit diese Selbstkonzepte auch miteinander korrelieren. Also Sie könnten beispielsweise vermuten, dass das mathematische Selbstkonzept und auch das verbale Selbstkonzept, also wenn Sie quasi da die Fächer, die denen jeweils zugeordnet werden, vergleichen würden, also so etwas wie zum mathematischen Selbstkonzept zugehörig, so etwas wie Mathematik, Physik, Biologie, die Naturwissenschaften, und zum verbalen Selbstkonzept eher so etwas wie Sprachen oder halt Geschichte, Sozialwissenschaften und so. Was eigentlich in Studien auch gefunden wird, ist, dass diese Selbstkonzepte sind eigentlich nicht zwangsläufig auch miteinander korreliert auch einfach. Also das Selbstkonzept, was Personen halt haben, im Bezug auf diese verschiedenen Dimensionen, kann sich auch wirklich auch sehr stark unterscheiden voneinander. Wenn wir uns das noch mal mit der Stabilität der Selbstkonzepte auch betrachten, und uns jetzt noch mal diese eine Studie vor Augen führen, wo wir die Einschätzung für das mathematische Selbstkonzept betrachtet haben, dann stellen sich natürlich auch vielerlei Fragen, also so etwas wie, okay, verlieren Schülerinnen und Schüler die Lust auf die Schule, vielleicht auch allgemein gesehen, und dann auch quasi an der Mathematik, oder ist es so, dass vielleicht die Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schüler in einer Klasse wichtig sind für das eigene Selbstkonzept, und auch vielerlei andere Fragen, die sie dann auch vielleicht haben können, wenn sie sich das mathematische Selbstkonzept in Klasse 3 im Vergleich zum Klasse 12 beispielsweise anschauen würden. Wenn wir von Stabilität reden, dann gibt es auch wirklich auch eine Vielzahl an verschiedenen Indikatoren, die auch da betrachtet werden. Also man untersteigt da auch in der pädagogischen Psychologie hier zwischen diesen fünf verschiedenen Stabilitätskonstrukten. Also ich würde jetzt da auch vor allem beispielsweise betonen, dass so bei der normativen Stabilität als ein Beispiel, wie da die interindividuellen Unterschiede sind, wenn sie das Gleiche messen. Und das ist auch in der Regel verändert sich, dass je jünger die Personen sind, also wenn sie das beispielsweise in Zweitklässlern innerhalb von einem Jahr sich anschauen, dann ist es bei circa Punkt 5 die Korrelation, im Gegensatz zu, wenn sie das gleiche Test-Item quasi bei älteren Personen fragen, da geht es auch eher in die Punkt 7-Region. Das bezieht sich auch vielleicht schon ein wenig auf die eine Frage, die auch in der letzten Woche quasi aufkam zur Stabilität von Intelligenztests. Also im Gegensatz zu Intelligenztests kann sich das Selbstkonzept halt auch wirklich über die Zeit auch sehr stark verändern, insbesondere, wenn sie halt beispielsweise bei Grundschülern oder quasi vielleicht auch im Vorschulalter auch so etwas erfragen. Eine andere Stabilität ist die Mittelwertstabilität. Die betrachtet quasi das durchschnittliche Selbstkonzept über einen gewissen Zeitraum, beispielsweise in Klassen 7 und 10. Wenn es gegeben ist, dann würde man quasi auch von einer höheren Mittelwertstabilität sprechen. Strukturelle Stabilität betrachtet vor allem die gleichen Dimensionen und die Verbindungen über die Zeit. Während wir von der intraindividualen Stabilität sprechen, wenn wir uns die verschiedenen Selbstkonzepte, die verschiedenen Fähigkeiten, beispielsweise mathematisch und verbal über die Zeit betrachten und wenn der Verlauf von diesen Selbstkonzepten auch über die Zeit hinweg stabil bleibt. Konstrukt Stabilität würde da bezeichnen, wenn diese Items für die gleiche Person auch über einen längeren Zeitraum auch dieselbe Bedeutung haben. Als ein Beispiel jetzt hier für die Stabilität vom schulischen Selbstkonzept, da sehen wir vor allem, was relativ spannend ist, ist das quasi zur Einschulung, das relativ hoch ist, allgemein gesehen über die verschiedenen Domänen hinweg, aber auch dann quasi im Verlauf der Zeit heruntergeht, bis es dann wieder bei circa 14 Jahren wieder nach oben geht. Also das ist natürlich auch sehr spannend, aber das Absinken ist auch da über viele Domänen gesehen hinweg nicht unbedingt weit unter der Erholung. Prinzipiell haben wir auch da wieder die, was wir auch da betrachten müssen, ist, dass es wirklich auch sehr substanzielle interindividuelle Unterschiede gibt. Also jetzt hier in dieser Grafik wurde es quasi über alle Personen hinweg gemittelt und dass es halt auch da wirklich auch große Unterschiede gibt und vor allem auch, dass je nachdem, in welchen Bezugsgruppen sich Personen befinden, kann es auch vor allem zu Veränderungen der Selbstkonzepte kommen. Also beispielsweise jetzt im schulischen Bereich so etwas wie der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. Allerdings logischerweise auch ist dies für das Erwachsenenalter genauso relevant, wenn Sie quasi in eine andere soziale Bezugsgruppe hereingehen. Also jetzt vom Abitur zum Studium, da hat dieser Unterschied. Oder wenn Sie ein Auslandssemester in, sagen wir mal, Stanford machen und dann halt vergleichen, okay, Tübingen, Stanford, anderes soziales Umfeld. Oder das brauchen Sie ja noch nicht mal so sehen. Wenn Sie sich quasi in einem anderen Kontext befinden, vielleicht mit einem anderen Freundeskreis, wenn Sie da verschiedene Freundeskreise haben, ist es auch da quasi spannend zu sehen, wie das, wenn so etwas sich dann auch über die Zeit hinweg auch quasi vom sozialen Umfeld verändert, welche Auswirkungen dies auch dann für Ihr Selbstkonzept dann auch bringt. Prinzipiell wollen wir uns jetzt anschauen, dass, und ich schaue auch gerade ein bisschen auf das Chatfenster, also was viel in den einzelnen Gruppen diskutiert wurde, ist, dass das Selbstkonzept sehr großen Einfluss auf die tatsächliche Leistung hat. Wie groß das ist, schauen wir uns auch noch später an. Ich habe Ihnen da auch noch einige Studien auch mitgebracht und quasi, dass es auch von der Schulklasse abhängig ist. Genau, das ist halt, was wir vorhin auch gesagt haben, dass halt der Kontext auch sehr entscheidend ist. Wenn wir quasi anschauen, wie Kinder und Jugendliche eine Identität auch bekommen und was da quasi Einflussfaktoren dafür sind oder was sich halt auch da für andere Fragen stellen in Bezug auf Identitätsentwicklung und Selbstkonzepte, genau das wollen wir im Folgenden betrachten. Und dazu möchte ich Sie zunächst einladen, in einem Breakout-Raum wieder circa fünf Minuten mit anderen Gruppen auch ein bisschen zu diskutieren, wie Selbstkonzepte entstehen, wie sich vielleicht auch bei Ihnen persönlich auch ein Selbstkonzept, was Sie haben, über der Zeit auch vielleicht verändert hat. Genau, also circa fünf Minuten in neuen Breakout-Räumen, die ich jetzt einstellen werde. Recreate und los geht's. Viel Spaß, bis gleich. Vielen Dank. 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 Es sind Leute. Es sind Leute männlich bei PO oder die divers, wenn sie das vor dem Test abfragen, hat es einen negativen Einfluss im Bezug auf, im Vergleich dazu, wenn sie diese Information für sie nach dem Test abfragen. Weil vor dem Test wird es dann quasi in gewisser Weise dass das Selbstkonzept die Erwartungswerte dieses Stereotype Threats getriggert, was dann auch wirklich einen Einfluss auf die Performance bietet. Und dann, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist sie Ursachen zu schreiben. Also wenn sie eine, sagen wir mal, eine Klausur geschrieben haben und da ein Ergebnis bekommen, wie sie dieses Ergebnis interpretieren, das kann auch einen großen Einfluss auf haben, wie sich ihr Selbstkonzept auch in der Zukunft dann weiterhin ausbildet. Sie haben jetzt quasi zu jedem auch schon etwas gehört. Ich möchte nochmal etwas genauer eingehen auf die Erwartungswerteffekte und auf diese Kausalattributionen. Weil das halt auch sehr spannend ist. Also im Vergleich beispielsweise zu Genders-Stereotypen, da findet die Forschung eigentlich auch relativ konsistente genderbasierte Selbstkonzept Unterschiede. Also so etwas wie, dass Jungen ein höheres Budgets Selbstkonzept haben im Gegensatz zu dem sprachlichen Selbstkonzept und dass das bei Mädchen umgekehrt ist. Was allerdings spannend ist, ist, dass die tatsächliche Leistung dem auch nicht wirklich viel entspricht. Also dass beispielsweise da auch die Leistungsfähigkeit beispielsweise auf ähnlichem, wenn nicht sogar auch besserem Niveau ist. Was auch da spannend zu betrachten ist, ist quasi in der Attribution. Wenn man Ergebnisse betrachtet, wird Jungen beispielsweise in der Mathematik eine höhere Begabung attestiert, während bei Mädchen im gleichen Kontext eher Fleisch attribuiert wird. Natürlich und Sie können auch da schon auch direkt sehen, das hat vielerlei Auswirkungen. Das ist auch in vielerlei Hinsicht auch ein wirkliches großes gesellschaftliches Problem. Und da müssen Sie dann auch wirklich schauen, wie Sie halt diese Kausalattributionen halt verwenden, sodass wenn Sie quasi das soziale Umfeld für eine andere Person darstellen, wie Sie dann auch solche Handlungen attribuieren wollen. Weil Sie müssen sich halt auch bewusst sein, dass wie Sie reagieren hat einen Einfluss darauf, was für Steps-Konzepte die Personen auch ausbilden oder wie das ausgebildet werden kann. Kausalattributionen, also die Ursachenzuschreibung, die ist vor allem auch dann wichtig, wenn Sie Ergebnisse erhalten, die nicht unbedingt Ihrem Steps-Konzept auch entsprechen, was Sie auch voneinander haben. Dabei wird vor allem unterschieden zwischen der Lokalität und der Stabilität. Und wenn Sie sich da quasi betrachten, wie dann Ergebnisse zugeschrieben werden, ist in der Lokalität internal versus external und bei der Stabilität, dass die Zuschreibung eher auf stabilen Faktoren oder auf potenziell variablen Faktoren sich beziehen kann. Also als ein Beispiel für internal und stabil wäre es, wenn Sie Erfolg haben und dies quasi darauf zuschreiben, dass Sie halt fähig sind, diesen Bereich zu absolvieren und dass Sie da auch über diese Kompetenzen verfügen. Wenn Sie jetzt das als lokal, internal, aber variabel sehen, wäre dann halt auch der Schwerpunkt vielleicht auch mehr von wegen, okay ja, ich habe mich sehr dafür angestrengt, das erfolgreich zu absolvieren und dadurch habe ich diese Leistung erbracht. Im Gegensatz dazu steht beispielsweise lokal, external, stabil. Wenn Sie sagen, die Aufgaben waren halt irgendwie sehr schwierig oder wenn Sie es halt von anderen externen variablen Faktoren abhängig machen, wie okay, ich konnte jetzt nicht so gut performen, weil an der Straße gegenüber war eine Baustelle und der Lärm hat mich so sehr abgelenkt, dass ich mich da nicht darauf konzentrieren konnte. Dann wäre quasi die Attribuierung external und auch variabel. Prinzipiell sehen wir, dass vor allem es positiv auch zu betrachten ist, wenn Sie Erfolge internal und stabil auch beziehen und Misserfolge am ehesten external und variabel. Wenn dies quasi der Fall ist, das würde quasi das Selbstkonzept unterstützen. Was spannend ist, ist, dass wir sogar in diesen Attributionen genderspezifische Effekte auch sehen, so dass Sie auch da im Beispiel jetzt auch wieder sehen, dass die positiven Leistungen eher selbstwertdienlicher, also eher internal und stabil attribuiert werden. Und so können Sie auch quasi dann auch betrachten, okay, wie werden quasi Erfolge attribuiert und wie werden Misserfolge attribuiert und dies hat dann einen Einfluss auf die Entwicklung des Selbstkonzeptes und auch auf die Stabilität. Prinzipiell, wenn wir uns jetzt da genauer anschauen, okay, wenn Sie da auch Quellen in der sozialen Bezugsnorm nehmen, um dann zu vergleichen, okay, wie steht mein Selbstkonzept da, dann spricht man auch in der Regel von zwei verschiedenen Bezugsframeworks und zwar von dem external Frame of Reference und dem internal Frame of Reference, was sich insbesondere auf soziale und dimensionale Bezugsnormen auch entscheidet. Wichtig dabei ist das, wie die einzelnen Quellen verwendet werden zur Ausbildung des Selbstkonzeptes. Das ist auch sehr entscheidend dafür, wie sich zu gewissen Themenbereichen die Fähigkeits-Selbstkonzepte dann auch entwickeln werden und in gewisser Weise auch wie stabil die dann auch sein werden. Das external Frame of Reference nimmt dabei auch vor allem die soziale Bezugsnorm in den Fokus. Sie sehen so etwas bei Dümcher beispielsweise. Wenn da eine Person irgendwie Platz vier erreicht, ist es ja prinzipiell richtig gut. Vier beste Personen in der Disziplin der Welt. Wow! Aber es wird oftmals negativ attribuiert in gewisser Weise, weil der Referenzgruppeneffekt da zum Tragen kommt. Und zwar dann wird es nämlich verglichen mit den Personen, die auf dem Treppchen stehen beispielsweise. Gleiches Spiel, wenn sie irgendwie Platz zwei sind, aber nicht Platz eins, ist es halt auch wirklich so, dass dieser Referenzgruppeneffekt da auch zum Tragen kommt, der sich dann auch darauf bezieht, wie sich Personen einschätzen. Und genauso können sie das auch quasi sehen, wenn sie ihre eigene Leistung beispielsweise hier im Studium oder jetzt hier bei unserem Kurs quasi beziehen auf andere Personen. Und einige von ihnen haben beispielsweise in den Kommentaren vor einigen Wochen gesagt, oh okay, ich finde es blöd, dass meine Punkte im Vergleich zu den anderen Studierenden, dass ich diese Informationen habe. Wir könnten das auch ausstellen, aber wir machen das halt nicht, weil wir wollen, dass sie quasi auch diese Veranstaltung auch dazu sehen, solche pädagogischen, psychologischen Effekte an sich selber auch wahrzunehmen und auch dann zu reflektieren, dass wenn sie quasi dann in ähnlichen Situationen drin sind und sie werden in solchen Situationen ja wirklich sehr häufig sein, will ich sie halt dazu einladen, dies auch wirklich jetzt auch explizit hier zu erkennen, wenn sie quasi da jetzt hier diesen Referenzgruppeneffekt haben, wie der ihr persönliches Selbstkonzept auch beeinflusst und wie sie auch damit dann umgehen wollen. Ob sie jetzt in den Kausalattributionen jetzt beispielsweise sagen wollen, okay, das hat jetzt meine Platzierung derzeit auf Great Craft hat keinen, ist jetzt nicht internal stabil. Das hängt jetzt nicht mit meinen Fähigkeiten zu tun, sondern vielleicht mehr damit zu tun, wie ich meine Zeit budgetiert habe. Und das ist dann auch eine komplett andere Zuschreibung für das Ergebnis, was dann auch eine komplett andere Auswirkung für ihr Fähigkeits-Selbstkonzept dann auch betrifft. Was auch in Bezug auf die sozialen Bezugsnormen sehr interessant zu sehen ist, ist der sogenannte Big Fish Little Pond-Effekt. Und dabei wird halt auch vor allem betrachtet, wenn Sie jetzt da sehen, auf der Y-Achse ist die Schulleistung zu sehen. Und jeder von diesen Bubbles bezeichnet halt die Schulleistung von Lernenden in zwei Klassen. Bei der Klasse 1 ist die Lernleistung allgemein wesentlich höher im Vergleich zur Klasse 2. Aber sie haben einen gewissen Übertab dabei. Das heißt, für manche der anderen, die haben sowohl in Klasse 1 als auch in Klasse 2 die identische Leistung. Aber wenn Sie sich das Selbstkonzept betrachten, ist das Selbstkonzept bezogen auf diese Leistung für eine Person in Klasse 1 sehr häufig, oftmals wesentlich geringer und wesentlich schwächer ausgeprägt im Vergleich zur Klasse 2, wo Sie quasi in einem kleineren Teich der größere Fisch sind in gewisser Weise. Und daher kommt auch in gewisser Weise der Rahmen von diesem Big Fish Little Pond-Effekt. Und Sie sehen quasi da, dass ein hohes schulbezogenes Selbstkonzept auch vor allem bei Schülerinnen und Schülern aufgewiesen wird, wenn sie sich in leistungsschwachen Klassen auch befinden. Sie kennen dazu auch sicherlich verschiedene andere Beispiele, jetzt nicht nur auf den schulischen Kontext bezogen, sondern auch vielleicht auf andere Kontexte, beziehungsweise Sie werden auch vielleicht auch da in dieser Situation auch gewesen sein, wie dieses quasi Ihr Selbstkonzept beeinflusst hat, je nachdem, in welcher Referenzgruppe Sie unterwegs waren. Von daher würde ich Sie nun einladen in unserem nächsten Breakout-Raum, Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Big Fish Little Pond-Effekt zu beschreiben. Wieder so circa 5 Minuten und ich mache auch wieder andere Breakout-Räume. Und die Zeit geht los ab jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Schüler ist. Also Sie sehen da auch wirklich, dass das mathematische Selbstkonzept mehr als eine halbe Standardabweichung über dem Selbstkonzept von Schülern und Schüler liegt mit gleicher Mathematikleistung, aber besserer Deutschnote beispielsweise. Also wirklich spannend, quasi da auch diese verschiedenen internal frame of reference und die external frame of reference auch da zu betrachten, um zu sehen, okay, wie da die Unterschiede dann auch dementsprechend wirken. Wie Unterschiede wirken und welchen Einfluss das Selbstkonzept haben. Sie haben ja auch schon quasi in den ersten Breakout-Räumen angedeutet, Selbstkonzepte haben einen großen Einfluss auf das schulische Wirken. Von daher machen wir jetzt noch einen Breakout-Raum, allerdings nur vier bis fünf Minuten, wo Sie diskutieren können in den gleichen Gruppen, wie Ihr Selbstkonzept sich auf Ihre eigenen Lern- und Lebenssituationen auch bezogen hat und was dies auch für Auswirkungen auch für Sie gehabt hat, circa viereinhalb Minuten Zeit geht los, ab jetzt. Vielen Dank. 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 das Erwartungswertmodell beispielsweise genauer zu betrachten, was dann der Fokus von unserer Veranstaltung in der nächsten Woche auch werden wird. Bevor wir schließen, will ich Sie auch noch dazu ermuntern, Sie haben ja auch sicherlich jetzt auch hier schon in dieser Vorlesung gemerkt, viele der Ergebnisse, die wir Ihnen vorstellen, sind halt empirisch basiert und wir können quasi auch nur die Forschung machen, wenn Sie auch Versuchspersonen haben, die an unseren Studien auch teilnehmen, um auch dann das Wissen zu generieren und auch prinzipiell ist es ja auch für Sie, je mehr Sie quasi über Testverfahren, über Testitems kennenlernen, ja auch spannend, vielleicht auch selber an Studien auch mitzubürgen. Ich habe Ihnen jetzt einfach nur exemplarisch zwei Beispiele von Studien oder von Plattformen, wo Sie quasi sich anmelden können, um an einer Studie auch mitzumachen, einfach mitgebracht. Sie werden auch quasi über den allgemeinen E-Mail-Verteiler auch sicherlich sehr viele Einladungen zu Forschungsstudien auch erhalten und ich kann Sie auch da wirklich nur ermuntern, auch da wirklich an so zwei oder drei Studien auch insbesondere quasi während Ihrer ersten Studienjahre auch teilzunehmen, weil daran als Teilnehmender dabei zu sein, ist wirklich spannend, gerade wenn Sie pädagogische Psychologie, wenn Sie Erziehungswissenschaften oder ein Fach studieren, wo auch quasi solche Studienergebnisse halt auch diskutiert werden, wie Sie da an diese Studien herangegelangen und sehen Sie quasi da in den Folien hier bei dem Portal von unserem Leibniz-Institut in Tübingen, da gibt es ebenfalls auch noch viele weitere Studien, an denen Sie auch mit dran teilnehmen können. Genau, soweit. Und ich freue mich, Sie quasi in Bezug auf die Motivation auch dann hoch motiviert in einer Woche auch wieder zu begrüßen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.